Das Trapart Festival ist ein Recyclingkunstfestival, in dem so viele wie mögliche Varianten gezeigt werden sollen, von was man mit dem Müll alles machen kann. Daher ist es ein Festival mit einer Kunstausstellung, mit Installationen im öffentlichen Raum, mit einem Kunstgewerbemarkt, mit Workshops, Gesprächsrunden, Performances, das war es, glaube ich. Eigentlich ungefähr acht verschiedene Modalitäten werden hier aufgezeigt, mit um die 150 Künstler aus der ganzen Welt. Diese Bildung ist sehr, sehr stark. Es ist irgendwie mit Van Gogh-Pesanten, die auf dem Feld arbeiten. Es ist ein Feld, aber dieses Feld ist ein Feld von Wurzeln. Die Remenanten der Stadt in der Hintergrund sind weggezogen. Es ist nichts, aber Wurzeln. Es ist nichts, aber Wurzeln. Nichts kann wirklich da sein. Das andere Werk ist die Porträtung der größten Fútballspieler der Barcelona. Was für mich wichtig war, ist, dass die Figuren der gleiche Größe sind. Er ist in einer anderen Position, damit sein Head ist viel größer. Aber wenn man die ganze Measurement der Figuren und die ganze Measurement der peorsten Menschen auf der Erde und einer der Rechersten auf der Erde sind, sie sind die gleiche. Und jeder ist in allen verschiedenen Felden. Auf der 2-Dimensionale, ich fokuse auf zwei Hauptszenen. Eine von denen, ich kenne die Garbage-Dream. Hier ist ein guter Beispiel. Das ist eine große Reihe von solchen Wurzeln. Und der andere ist, die Oilspielen. In Deutschland ist es nicht nur ein kleines Blöden. Aber es hat eine direkte Kontext für den Materialien. Denn hier und dort, in beide Serien, die Plastik-Bag ist ein Teil von einem Teil. Es ist Öl. Wie viele Leute in der Schule? Sehr oft, ich nehme andere Materialien, die ich in die Flormark finde. Einige Böden, die ich nicht öffnen will. Oder andere Kleine. Alles in meinem Haus, das eine Art Signifikation hat, wird später im Sommer in dieser Sculpturing-Maschine, wie ich es nenne. Aber ein Plastik-Bag ist wirklich das Leitmotiv meiner Arbeit. Es ist immer da. Drop Art gibt es jetzt seit genau 15 Jahren. Und zwar kam die Idee dadurch, dass wir hier auch in Barcelona damals schon viele Künstler gab, die mit Lille arbeiteten. Und dann wurde eine Gruppe von ungefähr 26 barceloneser Künstler eingeladen nach Nordfrankreich, nach Roubaix in der Nähe von Lille, wo eben eine 24-stündige Recycling-Marathon stattfand. Und wir fanden das Ganze so toll, dass wir den Organisatoren schon dort ans Herz gelegt haben, und sie sollten doch sowas in Barcelona machen. Wobei, wo sie dann geantwortet haben, warum macht ihr das denn nicht? Und über verschiedene Unwege ist es dann doch so gekommen, dass wir das dann selber in die Hand genommen haben. Haben zwei Jahre lang, also mit 96, 97, auch eine Recycling-Marathon gemacht, nach dem französischen Modell. Und danach sind wir mehrere Jahre lang mehr in anderen Ländern gewesen, haben an anderen Festivals mitgemacht, haben uns einen eigenen Ladengalerie eröffnet, wo auch unser Büro drin ist. Und nachdem wir dann eben auch einen festen Sitz hatten, sagen wir mal, dachten wir, jetzt können wir das Festival wieder ins Leben rufen. Aber wir dachten jetzt mit einem anderen Format, und zwar sind inzwischen doch so viele Kunstgewerbler und Designer zugange, wirklich auch hauptberuflich mit Müll zu arbeiten, dass es auch, wir dachten, eine gute Idee ist, denen auch eine Plattform zu geben, wo sie ihre Sachen auch verkaufen können. Und jetzt sind wir in diesem Format jetzt schon bei der 7. Edition. Das Trabbad-Festival ist drei Wochen, also vom 17. Dezember bis zum 9. Januar. Wir haben dieses Jahr sogar zweimal Markt, vom 17. bis zum 19. Dezember. Und dann nochmal zum Anlass der Drei Könige vom 3. bis zum 5. Januar. Und das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen.